Hey, und herzlich willkommen bei Shellshock Live zusammen mit Mr. Klumpi. Hallo, fest mein neuer Name auf YouTube. Nein! Hä, warum gehst du weg? Ich hätte eigentlich hier nicht reinfahren sollen. Das war dumm. Ja, aber wirklich. Aber, du überliebst eh nur einen Zug. Äh, okay. So krasse Waffen? Ja. Oh, ich hab keine Ahnung. Warte, wie muss ich schießen? Vielleicht. So? Nein. Ja, doch. Ah, das tut weh. Komm schon, großer Frosch. Falsche Richtung. Ja? Nein. Boah, Junge. 100 Schaden. Ja, das sind Frösche, Manu. Mann. Das sind richtige Frösche. Mann. Aber bitte nicht. Warum gehst du weg? Ja. Abstand. Ich will Abstand. Weil du einen Sniper-Schuss hast? Ich hab wirklich keinen Plan, wie ich schießen muss wieder. Also, ich hasse das. Warum musst du wieder normal spielen? Aber du hast eine ultra-starke Waffe, hast du gemeint. Ja. Oho. Ah! Nein! Lass mich doch bitte. Ich hab doch keine starke Waffe. Ich auch nicht. Ach, genau. Ja, genau. Los! Oh, nein. Oh, nein. Ah, ich hätt, hätt, glaub ich, oben an den Berg schießen sollen. Und? Nein, nein, nein. Statt! Gott. Nein! Die Explosion von dem sieht immer so krass aus. Ich hab immer, ich denk immer, oh nein, jetzt ist es vorbei. Scheiße! Und dann seh ich die Schadenszahl und dann denk ich, oh, es ist nicht vorbei. Oh, der hat ja gar nicht getroffen. Ja. Hier, Manu. Nimm, nimm das. Oh, oh, oh. Okay. Diese Schusswappen sind so stumpf. Ach, nee, das bringt auch nix. Verdammt! Ja, Manu, was machst du jetzt? Willst du wieder auf einen Selbstmord hoffen? Nee, der muss mir auch nix. Ja, das stimmt. Jetzt darf ich dir noch einen Zug spendieren. Einen Zug, bitte. Einen Zug spendier ich dir. Oh Gott. Ui! Warte, was schieß ich auf dich, damit du überlebst? Nee, nee, töd mich. Töd mich, trau dich. Wenn du es schaffst, dann töd mich. Okay, okay, ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht, ist halt die Sache. Los, Pfeffer! Oh, das macht ja gar keinen Schaden. 33. Ist ja erbärmlich. Hey, das arme Ding. Warte mal. Ich probiere das. Probieren geht über studieren, sage ich da immer, Leute. Und. Oh, nein. Spicker! Oh, wie traurig. Na ja. Okay. Das sah hier echt traurig aus. Mann. Die Grundidee war aber toll. Riecht zwar als so'n Berg. Ja, irgendwie habe ich echt keine gute Waffe zum Finischen. Vielleicht. Vielleicht machen sie es, ja. Alter. Alter. Oh, ich dachte schon, dass wir so'ne Demutierung gewesen. Wie weit ich mich teleportiert habe. Ja, ein Meter. Ja, aber nächsten Zug ist vorbei, Manu. Nee. Ey, was machst du da? Versteck mich. Nein, versteck mich. Das hilft dir auch nicht. Hey! Nein, nein. Ja, ja. Oh, das ist gut. Oh, ja. Obwohl, vielleicht die Portale fangen es einfach ab. Nee, 77. Oh, hä? Aber es sah witzig aus. Die Richtung wollte ich gar nicht fahren. So, Manu. Also du denkst, dieser Berg schützt dich, oder wie? Ja, eigentlich schon. Nein, nein. Tut er gar nicht, weißt du? Alter! Der Ringermeister ist back. Ja. Oh Gott, ich hab grad gedacht, du wärst im Gegnerteam und hättest mich wieder veräppelt. Du hast dich schon gefreut. Geh auf den Name mit Damage. Äh, wie viel nach links muss ich? Du bist doch Experte bei diesem Trick. Ach so. Zwei? Also ich würde bei dem zwei drücken. Also 88. Nicht lieber drei und ein bisschen schwächer? Nee, nee, nee. Drei ist zu, zu... Weil der... Okay, zwei. Einfach nur zwei. Also nur wegen dem Zwei-Ding meinst du? So, eins, zwei. So, Manu, dein Trick. Und dann... Oh Gott, ich hab nix. Muss irgendwas schießen. Ich schieß einfach die Blume. Oh Gott! War das knapp. Ja, bei mir auch. In der letzten Sekunde, ich hätt fast ein Kaktus voll. Hätt ich irgendwas Cooleres gehabt? Oh Gott, die Blume trifft perfekt. Neuner Trick. Die Blume trifft perfekt. 180 Damage, krass. Wenn alles von der trifft, wenn man so ganz knapp links neben ihn schießt, dann ist es immer richtig verrückt. Oh, nee. Aber er hätte genau getroffen, also ist gut, dass er sein Dings verständet hat. Kannst du ihn töten? Hm, wie viel Leben hat er denn? 91. Ich hab keine Ahnung. Nee. Also ich hätt halt, ähm... Nen Driller zum Beispiel, könnt ich da reinwerfen. Ja gut, dann machst du den Driller, dann drill ich zuerst, okay? Du schießt ja eh von oben. Ja, ja. Dann schieß ich von vorne. Ich hätt jetzt eigentlich... Ja, dann schieß ein bisschen unter ihn. Ich schieß von oben, ich schieß von oben. Ja, von oben trifft ihn ja sowieso, okay. Dann drill ich ihn und dann drillst du ihn danach. Dann machen wir ja, bohren wir ihn in den Boden. Egal. Okay, okay. Ach, stimmt jetzt weiter unten, ne? Ja. Aber es hat geklappt. Den haben wir weggedrillt. Der Driller ist real. Oh, oh. Obwohl, nee, trifft mich nicht. Und? Okay. Er hat ja gar nicht überlegt. Er wusste schon ganz genau, was er macht. Ja. Der weiß es. Der wusste einfach Bescheid. Mir zieh mich den Berg als Schutz. Ich kann mir gar nichts mehr. Warte, das ist die perfekte Möglichkeit, um meine Schüsse zu trainieren. Wie muss ich jetzt schießen ohne den Trick? Oh nein. Okay. Machen wir mal. So. Ich habe ein bisschen stärker geschossen als sonst. Genau, ey, perfekt. Ui. Und komm schon. Cactus Strike. Alte 30 Damage. Boah. 20. Das war ja krass. Warum hat es so wenig Damage gemacht? Wow, jetzt steht das so. Jetzt kann ich ihn so nicht mehr treffen. Danke. Warum nicht? Ach so, in der Schräge. Ich habe noch eine Wicked Witch. Oh, das trifft mich, aber dich nicht, oder? Ja. Nice. Oh. Okay, ich nehme das Paket. Überzeugt spielen. Das wird ein Spaß. Los, mein Schadal. 10 Amor, wow. Wui. Ja. 132 nur. Ach ja, macht er irgendwie 70, 60. Okay. Warum rasieren wir so? Wir sind einfach unfassbar. Sobald wir nicht unsere Wut gegeneinander richten, sondern im Team agieren, schaffen wir es. Was ist das denn? Ein, ein, eine Granate. Ja, aber was bringt das? Die hattest du doch auch richtig häufig schon. Ja, ja, aber was bringt das jetzt da in der Situation? Vielleicht hat er nichts anderes. Vielleicht, vielleicht. Also ist er ein Bob, willst du sagen? Naja, vielleicht hat er auch einfach nur Pech gehabt mit den Waffen. Ne, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und Banane. Mit der Macht des Regenbogens. Los. Warst du das jetzt, oder war ich das? Ich war das. Mein Regenbogen war schneller als deine Banane. Ja, ja, aber macht ja keinen Schaden, ne? Was machst du da? Weiß nicht, bin ich dran? Ich bin dran, ne? Okay, letztes Mal hattest du richtig schlechte Waffen. Dann werden sie diesmal ja auch schlecht sein, oder? Das kann sein. So ist es doch mit der Wahrscheinlichkeit. Genau, genau. Wahrscheinlichkeitsrechnung on its best. On its, on its, on its, on its. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ach so. Nein! Mega-Roffel. Oh, Roffelkopter. Mann, XD. Ja, Manu. Willst du dich schon mal verabschieden? Ja, was hast du denn? Messer? Besser. Und dein Messer? Besser. Oh nein, ich kann nicht mehr fahren. Oder Napalm? Messer, Napalm? Ja, mit Napalm durchtränktes Messer. Boah. Das wäre krass. Soll ich einfach mit voller... Ja, komm, ich schieße einfach so. Was hast du denn? Äh, warte, ich mach das. Hä? Das hat dich doch berührt. Ja. Oh, schön. Leute, guckt euch das an. Es ist... Ja, das wird... Das wird mir jetzt ganz schön stinken. Ich hätte es doch... Das wird mir ganz schön stinken. Ach nein, ich hätte es doch mit einem kleinen Winkel schießen sollen. Ach man, oh wow. Guck dir das mal an. Warum muss das passieren? Wie schmeckt dir denn gut, naja? Wie... Wie... Wie konnte das passieren? Keine Ahnung, aber ich finde es echt toll. Wow. Äh! Nein! Aber der trifft nicht immer, oder? Oh, nee, der trifft nicht immer. Ich habe komplett versagt. Ich hatte die OP-Wahrung. Ach, du Versager! Gut. Was für eine Enttäuschung. Nein, das nutze ich. Das nutze ich bei der Macht von Greyskull. Ich habe... Ach, nein. Ich glaube, ich sollte aufgeben. Nein. Oh nein, der ist zu schwach, oder? Nein! Nein, der trifft mich aber, oder? Nein, nein, der trifft mich noch, oder? Alter. Alter. Hatte ich nicht getroffen. Oh, da kann ich nicht mal hoch, oder? Hast du ein Erdbeben? Nee, ich kann da nicht hoch. Theoretisch? Wow, jetzt stecke ich hier fest. Guck mal nach. Jetzt stecke ich hier einfach fest, Manu. Ich hasse alles. Oh, da hast du ein Erdbeben. Ich habe ein Erdbeben, aber das verwende ich nicht. Da mach ich nächste Runde auch eins. Okay. Deal. Frank. Wehe, du machst jetzt kein Erdbeben. Oh, Gott sei Dank. Aber guck mal, so kann man echt schon die Runde reparieren, wenn man sich auf ein Erdbeben einigt. Ui. Oh, da rollt nicht weit genug, oder? Disco Ball. Wow, doch. Doch. Oh, ja. Damit kann ich mich aus. Ah. Dann mach ich mal das da. Okay, okay. Au, 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 au. Jetzt geh doch da. Oh, ich hasse das Teil. Das ist so ein doofes Ding wieder über dir. Mann. Ein doofes? Eine Spitze. Hier. Sparkler. Aua. Glitzer, Glitzer. Wie viel Leben haben wir? Wir sind wieder fast gleich auf dafür, dass... Nein! Dass wir alle... Was tun wir denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Wie kann er denn so seine Waffen wegwerfen? Ich finde, wir sind gerade on point. Ich finde es ja. Oh doch, das ist doch, oder? Ja. Ja, oh Gott sei Dank. Das sah aber trotzdem lustig aus. Grits. Genau. Ja, noch mehr Grits. Noch mehr. Alles klar. Ja, ja genau. Wow, 40 Damage. Oh. Oh, äh, äh, ähm. Oh, armer Mann. Oh, Mist. Hä? Ey! Mann! Äh, dieses... Oh, da krieg ich noch ein Paket geschenkt. 3D-Bombe, ja genau, klar. Warum auch nicht? Die mach ich aber zum Finischen. Falls ich denn so weit komm. Ja eben, es wird kein Finischen geben. Mach's jetzt. Komm, trau dich. Einfach feige. Feige. Warum feige? Ich spare mir die auf. Ne, feige. Sparen. Äh, was hast du denn da? Oh nein. Ja. Ah! Los, Feineck. Oh. Hm. Okay. Äh, hm, hm. Hallo. Manu. Was geht? Ich habe? Ja. Da kann man auch nicht treffen, glaube ich. Oh Gott, nein. Das kann ich doch nicht machen. Ja, was soll's. Komm. Ja, also ich habe einfach nichts. Ich habe Beschusswaffen. Und Stream hätte ich auch gehabt. Stufe 1. Oh. Ja gut, das wäre... Banana Split auch, aber damit hätte ich mich sehr... Oh, Banana Split ist richtig krass. Ja, ja, aber... Ich werde in die eigene Fresse geklatscht. So, Spodder! Nein, 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 nein. Oh, trifft der gut, Alter, nein. Oh, Alter, 20. Mann, das war ja impressive. Oh, ich habe eine andere Idee, mit was ich finish. Dann mache ich 3D-Bombe in die nächste Runde. Nein, machst du nicht. Nein, der finischt mich. Was mache ich denn jetzt? Oh. Naja, 10. So. Weil du wirst dich richtig freuen, wenn ich dich damit gleich töte. So, erst mal 3D-Bombe. So, jetzt muss ich damit nur treffen. Mit der Disco? Nee, nee, du wirst richtig glücklich sein. Ja? Ja. Können wir nicht schon eine Runde warten, bis wir neue Waffen bekommen? Ui. Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Machst du mit? Nee, ist richtig. Ich weiß nicht mal, ob die genügend Schaden macht. Aber eigentlich macht sie, glaube ich. Nee, 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 nee. Oh, du. Freue dich drauf. Mach ich. Ja. So. Nein, jetzt würden wir... Nein. Nein. Na, ach, komm, ach, komm, Alter. Was ist das denn? Wie schlecht. Naja, das hätte ich, glaube ich, so getroffen. Jede, jede andere Waffe hätte ich dich auch getroffen. Also, ich... Genau, natürlich. Also, es war doch direkt neben dir, oder? Das kann man im Nachhinein immer sagen. Jede andere Waffe hätte dich auch getötet, Mann. Ähm, ja, Manu, danke fürs Mitspielen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.